Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seasonal Skies. Wir sind immer noch hier, voll gefuttert ohne Ende und... Das Ding ist ja gar nicht so verkehrt. Und wir sind auf der Suche nach den anderen CD auf Island Nummero 6. Sehr schön. Dann killen wir mal die Figs. Run. So. Perfekto. So, nicht vergessen. Like, Abonn, 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 Kontakt runterlassen. Ich post euch am Tag ein Video. Wenn ihr dabei sein wollt, dann wäre es eine richtig gute Sache, wenn ihr auch nicht das Klöckchen einschalten würdet. So. Wird das auch abgekordet hier. So, jetzt... Ah. Aha. Elevator of Doom. Hallo? Anybody home? Ich glaube, das ist eine gute Stelle, um ein Spawn Point zu setzen. Wenn ich habe das Gefühl, werde ich es brauchen. Weiß nicht. Das ist nur so ein Gefühl. Zack. 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 Go. Okay. Oh yeah. Moly. Run. Jolly Brown incoming. Okay. Was haben wir hier? Unbreaking. Oh. Das scheint etwas Interessantes zu sein. Dann gucken wir mal. Go, 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 go. Ich habe keine Torches mehr. Das ist doch sowas von... Nein! Okay. Gut. Versuchen wir mal nochmal. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Wir sind hier ein bisschen, äh... Ja. Um... Singlet würde ich bald sagen. Run! Oh Gott. Wieso hat er auf einmal aufgehört zu laufen? Oh je. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Kurz geguckt. Da waren wir. Ja, herrlich. Kannste alles behalten. Den ganzen Krempel. Servus. Oh je. Das ist eine bessere Taktik. Besserung. Uh. Na, 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 na. So nicht. Hö. Aufwärts. Immer. Runter. Nimmer. Geh. 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 Da guckst du, ne? So, äh, wollen wir da rüber? Ach, Shortcut. Ihr schießt daneben, weil ich bin viel zu schnell für euch. Oh Gott, nein! Mh! Weißt du was? Das ändern wir mal. So, Meister. Ich habe ganz vergessen, dass ich dieses coole Stück dabei habe. Nein! Nein! Ich habe Nein gesagt. Und Nein heißt Nein! Ich krieg hier noch einen Anfall. Ach, ich krieg hier Halsschlagadern wie die Dachen. Gibt es doch nicht. So was. Und. Come on. Ernsthaft? Höhe? Okay. Momfie, mek Momfie ist wieder da. So, ready, go. Wink, wink. Wink. Volles Vieh. Crap. So, wenigstens haben wir den jetzt nicht mehr hier. Das ist ja sowas von. Oh, mein armes Herz. Ich kriege scharkaunisch auf der Reihe. Was macht ihr denn da? Äh. Pfui, wie hört sich denn das an? Hui. Okay. Okay, ich gehe einfach mal runter. Ganz entspannt bleiben, ne? So, gucken wir mal. Guckt. Fisch. Bisschen Rüstung. Rüstung ist immer gut. Torches. Auch nicht verkehrt. Wir brauchen auch ein Baumaterial. Essen wir erst mal ein Happen. Erst mal ein Happen. Essen. Hm. Flüchtling war da lang. Brrrr. Und zwar. Was haben wir hier? Best piece. Pass. Loyalty und Impaling. Ja. Habe ich schon. Hier und Stück. Du darfst das Ding behalten. Torches. Mehr. Torches für mich. Vielleicht sollte ich mal das hier wieder benutzen. Kriegen wir mal wieder. Alter, sag mal. Wie bist du denn drauf? Oh, nein. Run. Oh, nein. Musste das jetzt sein? So was. Ein Evolved Shulker Level 2. Mhm. Ich merke schon. Es wird nicht leicht. Aber ein bisschen Spaß muss sein, ne? Also. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja schon unser letztes Stack von... Mhm. Hm. Wie geguckt? Ja. Äh, ich... Ich geh mal ein Stück zurück. Dödel. Ah, genau reingelaufen. Wo ist mein... What? Ah, ich wollte schon sagen. Wo ist der hin? Sehr schön. So, ich wollte mehr von den Blöcken haben. Hat ich doch gerade schon mal gesagt. Mensch. Komme ich denn nicht dazu, das zu tun? Oh, ho, 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 ho. Sneaky, bicky. Okay, ich glaube da drin ist irgendwas Gutes Jetzt würden die nicht versuchen dass der so dermaßen gut zu verteidigen Was mein gibt mir meinen Ist auch kein verlassen wir drauf auf das ding Achso wahrscheinlich habe ich das so weit weg geworfen dass da gar nicht Oh, das ist es schon I like it Oh je Okay Bevor wir abzischen sollten wir wirklich überprüfen ob das wirklich das ist was ich denke was es ist es ist was ich denke Jawohl Okay Sehr schön Haben es hierher geschafft jetzt müssen wir mal gucken wo wir eine Gute position zum landen finden Position ist doch gut So Also ich schätze mal irgendwo 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 hier Werden wir wohl ach da muss ich hin Irgendwo hier wird schätzungsweise noch ein Ein schädel versteckt sein aber Ein schädel versteckt sein aber Bei der größe Naja dann pro smartzeit Das ist ja schon extrem Weitflächig Vielleicht gucken wir trotzdem mal irgendwann mal nach aber wir haben inseln nummero 6 Geschafft Geschafft So Also Donkey Here I come Donkey man Aua Bist du Donkey man So wir haben Hiervon Nimm doch mal Sehr schön So Inseln nummer 6 ist geschafft Leiden wir mal hier hin Da müssen wir drum rum Ich weiß es nicht Ach hier war ich schon mal Ja Ich kann mich entsinnen Das ist die Spawn Island Vielleicht sollten wir mal ein bisschen unser Inventar leeren Ein paar von den CDs Dorthin bringen wo sie hin sollen Das wäre glaube ich mal eine gute Idee So wir nehmen die mit Schalkershell Ich habe schon so viele Schalkerboxes jetzt Das lohnt gar nichts So äh exit Hoppa 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 So es sollte vielleicht mal einen einfacheren Weg geben Wo wir vielleicht Runter kommen Vielleicht so ein Freefall Aua Aua Get down So ein Freefall Im Wasserbecken Der wäre doch gut So Also Wir haben Clovers Classic Here we go Clovers Classic Kaboom Yo Zum Glück muss ich mir das alles nicht rein pfeifen Umso besser So Klack Klack Voice So wir haben das Den Und dann haben wir diesen Toon of the sea Toon of the sea Toon of the sea Toon of the sea So wir haben hier Toon of the sun Und Toon of the sea Sand Nice Dann wird jetzt kommen Wel 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 Weld 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 Heavens Sweet Und Winters Light Delight So Also wir haben Den Guilty Da Heck Klar packe ich mir das direkt in den Eingang Clever Not Get Up 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 And Atem So So Oh Leider You go up You go down Oh Sieh das doch schon mal Wie sieht das mit dem Futter aus Futter 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 So wir suchen Inseln Numero Sieben Halten wir mal dort lang Vielleicht 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 geht das ja weiter von den anderen Da hinten Ich weiß es noch nicht Aber wir finden es heraus So da haben wir den Halten wir auch mal drum rum und gucken was wir so sehen Wir dürfen nicht so dicht ran Ne Die mögen das nicht so gerne Es ist schon cool Ah Da Da ist ja was Da ist ja was Wow Cool Ey das ist ja mal Am Mäh Okay Alright Was ist das hier Irgendwas mit ner Leiter und Okay Don't worry We aren't Any change Boys Ups Okay Kein gutes Gefühl Dabei Es ist echt Das ist Hammer gemacht Das sieht richtig gut aus Und was mach ich jetzt hier unten Okay Eine Truhe Ernsthaft Locks Okay Und wir gehen wieder hinauf Das hat sich ja gelohnt Wow Ein paar Locks Ernsthaft Okay Das wird interessant Ich sehe schon lot der Spiderwebs Das bedeutet irgendwelche dämlichen Spinnen werden uns das Leben zur Hölle machen Ach Ach ne 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 Es ist beides Die sind so glitschig Die hüpfen überall hin Donkey komm her hier So Wo ist denn hier Emmh Ähm Na 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 CC paint Der Plattform wow 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 K Liebe ok Äh, lass mich mal was ausprobieren hier. Ja. Also, irgendwo befindet sich hier die Möglichkeit... Soll ich unten reinklettern? Deswegen war da die... ...die Geschichte mit dem Holz. Bin irgendwie komplett verwirrt gerade. Wo ist denn der Eingang zu dem Hocker hier? Darf man hier hin? Nein, 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 nein. Hm. Hm, also. Wir kommen von hier. Gehen da rüber. Dann? Dann da unten hin? Ist das dein Ernst? Ja, offensichtlich ist das so gewollt. Krass. Also, Donkey, geh beiseite. Here I come. So, wir brauchen das. Hier, Stacks. Yay. Hier, Stacks, Holz. Okay. Ich werde mich mal da drüben rüberpillern. Und dann kommen wir in der nächsten Folge wieder. Und schauen mal, was der Baum des Grauens für uns so bereithält. Wenn es dir gefallen hat, Like-Button drücken, Abonnieren, Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge Season of Skies. Also, bis dann. Bis dann. Okay. Dann geht's, hin.